Hallo ihr Lieben, ich bin Christian Schmeier, Patropot, die Philosophie und die Philosophie und diesmal im Videoblog. Ja, eigentlich habe ich überlegt, mache ich das jetzt mein erstes Video wieder auf meinem Privatkanal, Herr Schmeier Privat, könnt ihr auch gerne mal abonnieren, da werde ich jetzt auch mal ganz andere Videos machen, aber ja, ich wollte einfach noch mal reden über, ja zumindest so teilweise über Luke Mockridge, dachte aber vielleicht doch ganz gut auf diesem Kanal, einmal weil ich hier schon mal was drüber eben gemacht habe, hier aus haben wir wieder Lichtverhältnisse sind hier so anders, mit jetzt wieder Winter, erstmal die Kamera ein bisschen Probleme beim Fokussieren und dann, weil vieles was da passiert, kennt man vielleicht aus schwierigen Beziehungen, ich sage ich mal so ganz merkwürdige Entschuldigungen und haarsträubendes Verhalten und so weiter. Ja, also was da passiert ist, muss man glaube ich jetzt nicht mehr groß sagen, Luke Mockridge, ja bekannter Comedian, ja hat versucht einen Witz zu machen und in so einem Podcast und einfach, ich will das auch nicht wiederholen jetzt hier, also unfassbar wirklich haarsträubend, einfach richtig ekelhaft Nutz gemacht über die Paralympics und das wirklich zu so einer, da haben die mal einmal Platz, wo die wirklich scheinen können, sage ich mal, jetzt in vier Jahren, alle vier Jahre sind die Paralympics, wird viel darüber berichtet, ist wirklich so die Zeit, wo man wirklich den Leistungen sieht, wie auch immer da ist und dann da so einen wirklich absolut ekelhaften Gag rein zu hauen, da fragt man, fragt sich einfach, was ist in ihnen gefahren und ich habe ja auch schon Videos drüber gemacht, damals in seiner Beziehungssituation mit Ines Anjoli, wo ich dann auch gesagt habe, also man darf das jetzt auch nicht vermischen, aber das ist genau das Problem, wo ich auch gesagt habe, ja, also was da passiert ist, hört sich auch irgendwie sehr ungesund an, vielleicht auch von Seiten seiner Ex-Freundin, bei mir ist auch immer das Problem, ich kenne halt auch viele Leute, die unter die Räder gekommen sind, auch mit Falschanschuldigungen und was weiß ich, also ich will das aber auch nicht wieder aufrollen hier, aufrollen und ja, wo ich so, oder wir hatten auch nicht so Johnny Depp-Geschichte, wo man vielleicht hatte, ja, ist er da vielleicht auch irgendwie, falsch, er hat dann, ist ein falscher Eindruck von ihm entstanden, was war natürlich alles, ich, keiner weiß, was da genau passiert ist, wie gesagt, ich will es auch nicht wieder aufrollen, ja, er hatte seinen Gang nach, in Rückzug gehabt und was er alles gemacht hat und an sich gearbeitet und kommt wieder zurück und weiß natürlich immer noch keiner, was ganz genau passiert ist in seiner Ex-Beziehung, aber letzten Endes kann man ja so sagen, hat einen frischen Neustart, bekommt wieder eine Show bei Sat.1 und macht dann, ja, da fragt man sich natürlich jetzt wieder, Anfragezeichen, wirklich eine absolute Vollkatastrophe, wo wirklich das ganze Internetkopf steht. Ja, also was, was vielleicht, wie gesagt, und der Ansatzpunkt hier ist natürlich auch so ein bisschen, vielleicht kennt ihr das aus, aus schwierigen oder toxischen Beziehungen, dass euer Partner irgendwas macht, wo einem so absolut die Haare zu Berge stimmelt, wie kann er sie das nur tun, so, ne? Und, na gut, letzten Endes kann man natürlich nicht in meinen Kopf reingucken, aber, also was ich auch noch erschwerend fand, muss ich wirklich sagen, wenn man das so sieht, wie er diese Aussage macht, wo er sich gerade so richtig wohlfühlt mit diesen anderen beiden Pfeifen da und er sich so richtig wohlfühlt und so ein richtig, so ein Ding raushaut, ja, warum macht man sowas? Also was, was mir halt auffällt bei vielen Menschen, die sich, wie soll ich mal sagen, so ein bisschen minuspolig verhalten, teilweise grenzüberschreitend und was auch immer, das ist natürlich das Problem, man fragt sich jetzt natürlich, was geht da noch so in ihm vor, so, ne? Also wenn man so ein Ding raushaut, das ist halt immer das Problem, ne? Die sich so verhalten, die haben halt immer das Problem, dass sie, das habe ich schon ganz oft erlebt, sowohl mit Leuten, die ich beraten habe, als auch in meinem eigenen Leben, dass du das eigene Blatt überreizt wird, ne? Also man denkt irgendwann, ich bin die, einfach die geilste Sau auf diesem Planeten und ich bin einfach so fucking geil, ich bin so ein cooler Typ und jetzt habe ich auch diesen Shitstorm, den es da gab, was weiß ich, vor dem Jahr oder wann das war, habe ich auch super überstanden und guck mal, ich habe schon wieder meine Show und ich bin, ich bin unbesiegbar, ich bin einfach der absolut geilste und nichts kann einem passieren und dann überreizt man sein Blatt einfach fucking gnadenlos und also sowas habe ich ganz oft erlebt, dass man wirklich denkt, ja, man ist auch so voll von Ego, ne? Kann nichts passieren und dann kracht es richtig zusammen und so wie auch kein anderer das hingekriegt hätte, ihn zu canceln, wenn man das denn will, ja, cancelt er sich quasi selber, das ist, das ist eigentlich so ein bisschen so ein Klassiker, weswegen ich auch immer sage, klar, wenn du irgendwas, wenn du jetzt in irgendeiner Beziehung bist, wo du irgendwas in der Hand hast gegen jemanden und der hat wirklich was angestellt und natürlich kannst du, was weiß ich, rechtliche Mittel in Anspruch nehmen und diese ganzen Sachen, aber oder und, sollte man auch tun, wenn man was kann, aber oft hat man ja auch nichts in der Hand und tatsächlich es am besten loszulassen und zu gucken, was denn, ja, wie es denn so weitergeht, weil oft, sage ich mal, so Menschen sich selber total in die Scheiße reiten, da ist es wirklich unglaublich. Natürlich ist seine Show jetzt auch wieder losgeworden, es ist einfach fucking unglaublich und jetzt haben wir das Problem, kenne ich auch aus vielen Paartherapien, ja, jemand ist vielleicht einfach völlig, weiß ich nicht, gewissenlos, fremdgegangen oder irgendwie sowas, meine, klar, wir sind alle nur Menschen, wir machen alle Fehler, aber so, dann wird, das ist auch dieses Problem, wie entschuldigt man sich richtig, ne, dann wird nicht gesagt, ja, ich war einfach, ich war einfach, einfach ein Riesenarschloch, ich habe, ich hätte dich machen dürfen, ich hätte nicht mit deiner besten Freundin im Ehebett, und war einfach, war richtig scheiße, ich muss einfach in mir gucken, was habe ich für Täteranteile oder ich weiß nicht was, oder wie auch immer du das jetzt nennst, was habe ich für Arschlochanteile oder muss das mal untersuchen, ne, dann kommt immer so eine halbseitende Sache, wie jetzt auch, aber ich habe das doch mit einem, mit einer anderen Person geschrieben, diesen Gag, oder mit der er besprochen, die auch meinte, also die auch irgendeiner Weise eingeschränkt ist und gesagt hat, das ist doch super lustig und wir mögen das als Gruppe, über solche Witze zu lachen, ne, dann stellt sich auch noch raus, dass das womöglich eine krasse Lüge ist, weil es, ja, exakt diese Gag-Linie oder weitgehend diese Gag-Linie schon mal zum englischen Komiker gegeben hat, wo man sich natürlich fragt, hat er das einfach abgekupfert und dann eigentlich auch noch so eine Lügenstory, ich meine, ich weiß es jetzt nicht, das ist nur Mutmaßung, so eine Lügenstory drumherum erzählt, wie denn jetzt dieser ekelhafte Witz entstanden ist, ja, sie womöglich ganz bewusst ausgedacht hat, ach, das ist aber lustig. Und nochmal, was geht in drei erwachsenen Menschen vor, die einen Podcast hochladen? Auf YouTube, und keiner kommt auf die Idee, ich meine, das ist schon schlimm, dass das die Zuschauer scheinbar, also da waren ja auch kaum negative Kommentare drunter, zumindest, weiß ich nicht, gestern noch, wie kommt das, dass man, oder haben die gelöscht, wissen wir nicht, dass man so ein Ding hochlädt, ich meine, das ist ja absolut, man nimmt einen Podcast auf und das ist ja das Normalste von der Welt, vielleicht mal überlegen, ist das wirklich so schlau, was ich hier gesagt habe, dass keiner auf die Idee kommt, sowas rauszuschneiden, das ist, ich bin einfach fassungslos, wirklich. Aber gut, ähm, ja, also dann, genau, anscheinend man es einfach zu sagen, ich habe es richtig scheiße gebaut und ich weiß nicht, ich muss jetzt nicht mehr arbeiten, kommt dann so eine lauwarme Entschuldigung, die womöglich, das kenne ich halt auch viel aus Bartherapien, gelogen ist und dann, ähm, kommt es raus, dass es womöglich gelogen ist, oder insgesamt ist diese ganze Entschuldigung einfach nichts wert, weil, äh, selbst wenn, wenn da irgendjemand gegeben hat, der es lustig fand, ähm, das ist jetzt die breite Masse der Betroffenen, der er vielleicht nicht lustig findet, äh, hätten wir vielleicht drauf kommen können, ähm, ich hatte auch wieder so ein, ich weiß nicht, das ist auch wieder so ein Empathiedefizit, ich weiß nicht, also es ist einfach unfassbar, es ist einfach unfassbar, wirklich, wie kann man sich so reinreißen, ne? Ja, kommt, kommt so eine Irrsinnsentschuldigung, die alles noch viel, viel schlimmer macht und das, wie gesagt, das habe ich oft in der Bartherapie gesehen, oft im Zusammenhang mit toxischen Beziehungen auch, äh, dass man sich fragt, was, 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 was denken, was wird da gedacht, ich weiß es nicht. Und es macht alles noch viel schlimmer, weil jetzt ist das Problem, man glaubt ihm einfach gar nichts mehr und auch das ist das Problem, du gehst vielleicht einmal, wie gesagt, ich, ich weiß überhaupt nicht, was, was da mit Ines Anjoli, lass mal mal außen vor, ähm, ich glaub, da sind, vielleicht sind da zwei aufeinander getroffen, die ein bisschen schwierig sind, äh, aber wie gesagt, lass uns mal ganz außen vor, wir wissen nicht, was passiert ist, ich, ich versuche nur ein Bild zu finden für, für meinen Bereich, sag ich mal, ne? So, da geht vielleicht jemand fremd, sagt, ja, war scheiße, ne? War scheiße, aber jetzt, jetzt habe ich es verstanden, jetzt höre ich auf und, äh, ja, macht aber das Gleiche, geht dann gleich wieder fremd und du kommst wieder auf die Schliche. Das sind so die Situationen in der Paartherapie, wo, wo du echt sagen kannst, so, jetzt packen wir hier unsere Sachen zusammen und das war's mit der Paartherapie, weil das ist jetzt vorbei. Nie wieder wird dir irgendjemand glauben so oder, oder lange Zeit nicht so und das Problem hat er jetzt auch so ein bisschen, dass, ähm, ja, dass, dass, äh, sozusagen, jetzt sag ich mal so, die zweite Geschichte ist, also die, die ist ja jetzt offensichtlich hochproblematisch nach einer ersten Geschichte, wo man nicht genau wusste, was ist passiert, wo man jetzt, äh, ja, die Gedanken sind, wer weiß, was da war, wenn das schon hier so passiert, also, und, äh, wieder so eine Lame-Entschuldigung und dann hast du genau so ein Szenario, wo man nichts mehr glaubt. Irgendwie so, ne? Ja. Und, ja, was wird jetzt passieren? Wie gesagt, ich, äh, es ist ja, äh, das ist ja das Problem, das ist das Nächste, was man sich immer fragt. Ich meine, das wäre dann wirklich echt ganz, das ganz Übelste wäre, wenn sowas natürlich bewusst gemacht wird oder bewusst, unbewusst. Aber das will ich mir jetzt nicht unterstellen, ähm, um, um mit dem Shitstorm noch mehr Follower auf sich zu ziehen, so, dass, man, es wird viel auf Social Media gemacht, so, weil, manchmal sagt man ja, Any PR ist gut PR, aber das hat man ja schon mal an dieser Anise Dac gesehen, dass es vielleicht doch irgendwo einen Punkt gibt, wo einfach, äh, das war auch so ein Punkt, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass da immer, immer mehr rauskommt bei ihr, wo man einfach denkt, das kann doch nicht wahr sein, aber das ist, das wäre ein anderes Video, vielleicht für einen Privatkanal, ähm, das kann ja nicht wahr sein, sondern dass noch mehr, noch mehr, noch mehr Shit rauskommt und irgendwann, ja, irgendwann ist vielleicht bad PR, äh, bad PR doch keine good PR mehr so, ne, und ob das bei ihm jetzt der Fall ist, weiß ich nicht, aber selbst wenn, ähm, seine Konzerte jetzt weiter ausverkauft werden sollten, was für Leute kommen da hin, du hast dann ein Publikum, was aus Leuten besteht, die es geil finden, auf, äh, auf Schwächeren rumzuhacken, ne, die ist geil, die, die Schadenfreude, oder was, ich weiß gar nicht, Schadenfreude schon, äh, also die, die, ähm, über jemand auslachen, der unter einem steht, weil er im Leben einfach Pech gehabt hat, ne, äh, die sowas witzig finden, das ist dann dein Publikum. Ja, viel Spaß, also, das ist, ähm, und wie gesagt, wir waren ja auch bei Olli Pocher, kann man jetzt auch sagen, also, finde ich auch, man kann wirklich sagen, dass er auch wirklich, äh, ganz viel, äh, Gürtellinie reißt und, und, und ich finde es auch zu viel, ich finde es auch bei ihm zu viel, viel zu viel, wirklich, aber ich muss sagen, der Show, wir haben uns das mal angeguckt, ja, er hat dann auch, ähm, was weiß ich, gelästert über Amira Pocher, er hat aber auch am Ende der Show dann fünfminutigen Clip gemacht, wo er sie nochmal richtig abgefeiert hat, ne, so, äh, ganz tolle Fotos, äh, also, wie so eine Art Liebeserklärung an sie gemacht, was es natürlich wieder ein bisschen anderen zusammen, also, einen anderen Kontext bringt, sag ich mal, ne, aber hier ist einfach, das ist auch nicht mehr zu retten, das ist einfach eine fucking Katastrophe, wirklich, und, äh, also ich, 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 also ich war gestern wirklich absolut, absolut fassungslos, ne, wirklich, das ist, und ich glaube, jeder, der sagt irgendwie, ja, Humor, ähm, na, sorry, mit der Kamera muss ich mal was, was auch nicht rumgebracht nicht fokussiert, Humor, äh, darf alles, pfff, also, selbst wenn das so wäre, äh, muss es, also man, man, wie soll ich mal sagen, muss man auch mit den Konsequenzen dann leben, ne, das ist alle einfach ekelhaft finden, und, äh, vielleicht sagen, sorry, das ist einfach unterste Schublade, und, äh, wie gesagt, wenn, wenn jetzt Leute, die vielleicht selber, äh, die selber betroffen sind, äh, selber über sich Witze machen, das ist vielleicht noch was anderes, aber da muss man ja gar nicht drüber reden, ne, aber wie gesagt, das, äh, um nur mal den Bogen zu spannen, zu meinem Bereich hier, äh, es gibt einfach manchmal, ähm, Entschuldigungssituationen, die, die völlig katastrophal sind, alles nur noch schlimmer machen, und vor allen Dingen, wenn du während der Entschuldigung womöglich wieder gelogen hast, ja, dann ist deine Glaubwürdigkeit, wenn das dann sich so wirklich rausstellen sollte, komplett im Arsch, und wofür, nur wirklich, nur für einen Drecksgag, also, was ich hier sehe, ist vor allen Dingen Ego, 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 und ich hätte, ich habe ihn noch ein bisschen falsch eingestellt, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte ihm das nicht zugetraut, also, das ist wirklich krass. Gut, ist aber auch genug dazu, wie gesagt, weil ich das hier schon angefangen habe, machen wir auch hier zu Ende, ansonsten, ähm, abonniert gerne mal meinen Privatkanal, da werde ich auf jeden Fall jetzt mal mehr bevölkern, hab da schon ein paar coole Themen, über die ich mal reden möchte, jetzt so gar nichts mit Beziehungen zu tun haben, und, ähm, wobei, Toxik gibt's überall, aber, naja, äh, ich versuche das hier auch nochmal drunter zu verlinken, und, ja, vielleicht sehen wir uns in, ähm, Leipzig, im Vortrag über Toxische Beziehungen und Depressionen, also, Vortrag, Lesung, und einer, äh, Lesung hier in Berlin, äh, in der nächsten Zeit, genau, bis dahin, ihr Lieben, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.